Wenn man sehr starke Selbstbezogenheit im Anderen erkennt, sehr selbstgefälliges Verhalten, Arroganz, Mangel an Interesse für die eigene Position und Perspektive, dann kann das schon narzisstisch sein. Naja, man geht vielleicht ein bisschen auf Distanz, man schaut und bleibt noch im Kontakt, man zeigt Interesse, aber man muss vor allem sich selbst schützen und sich selbst darin wahrnehmen, ob das für einen selbst so okay ist.